Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Köln. 2015 wurde das Objekt erbaut. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 148 Quadratmetern beträgt die Miete 2287 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017